Hallo ihr Freunde. Hallo ihr Freunde. Ich wollte ein bisschen größer wirken, weil ich stehe hier abseits. Ich komme hier über andere Seite. Aber guck mal, das sieht einfach perfekt aus. Findest du nicht auch? Das sieht geil aus. Ihr habt zum Titel gesehen, der erste Steak Döner in Hamburg. Was ist da los, Ivanio? Also ich habe eine Theorie. Und zwar, du siehst ja, wenn man hier um die Ecke gehen würde, dann ist hier ein Laden, der heißt Soul Kebab. Dann daneben ist ein Laden, der heißt Naan, das ist ein Frühstücksladen und hier ist Steak Döner. Ich bin mir sicher, und beide Läden gehören Soul Kebab. Glaubst du, die gehören zusammen? Ich glaube, die gehören wirklich zusammen. Die haben wahrscheinlich alles drei gemietet, sag ich mal. Okay, denkst du auf richtig so Intrige-Basis? Nein, ich suche das auch nicht. Das sind Schlau-Geschirps-Männer, sag ich mal. Geil, geil, geil. Und du und deine Schwester, was macht jetzt? Ich bin Mama. Den bringe ich immer Leute, das muss sein. Man sieht ein schöner Fettgehalt, wird bestimmt bei 30 Prozent liegen ungefähr. Ich habe ja mal dir erzählt, es gibt so einen Fersendöner, ich glaube irgendwo in Richtung Bayern. Und da haben alle gesagt, super, super, lecker, lecker, lecker. Und das ist dann auch irgendwo Steak Döner. Also ich würde sagen, richtigen Steak Döner muss Ferse sein, weil du kannst kein Kalb als Ferse verkaufen. Ja gut, kann auch Jungbulle sein. Muss Jungbulle oder Ferse sein, dann kannst, also ein älteres Tier, dann kannst du es als Steak deklarieren auch und dann bestimmtes Fleischstück muss es sein. Wenn du dann Oberschale nimmst, das ist kein Steakfleisch. Was ist das? Kalbsnacken. 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 Was heißt das dazu? Das ist jetzt eine Wendung hier. Boah, ich habe ein bisschen Angst vor einer Sache, das wollte ich schon eigentlich in der Aufnahme sagen. Guck mal, ich finde, bei manchen Dönern, die so Steak Döner haben, gibt es ja ab und zu in Deutschland, schmeckt es mehr wie ein Steak Sandwich und verliert diesen Döner-Charakter. Und ich hoffe, das ist nicht so. Weil ein Döner am Ende des Tages, das kannst du natürlich mit keinem Fleisch machen, aber es braucht hier trotzdem einen Döner-Charakter, weißt du was ich meine? Das ist ein Döner-Artiger. Und ich will kein Steak Sandwich, das hat mich zum Beispiel bei Alaturka damals ja genervt. Aber hier? Kalbsnacken ist das, sagst du, ne? Nur Kalbsnacken, 100%? Kalbsnacken, 100%. Ohne Hackfleisch. Ja. Und lass dir aber herstellen von Fabrik, ne? Ja. Was denkst du, wie lange braucht der noch? 20 Sekunden. Achso, ganz spannend. Ganz gut. Ihr könnt mal voten in den Kommentaren, wann du besser aussahst mit schwarz, sondern mit blonden Haaren. Kann ich fragen, gehört ihr zu Soul Kebab? Nee. Ah, echt nicht? Nee. Die kommen aus Bremen. Hast du, ich dachte, die gehört alle zusammen, so Naan, Soul Kebab, hier? Nein, nein. Der Laden ist auch fresh. Der Laden ist schön, der Laden ist sehr schön. Wenn man hier mal kommt. Ja, sehr schön. Kuchen. Der Kuchen ist auch geil, ey. Was sagst du diesen so Bildern? Ich muss sagen, ich find das in den roten schon sehr catchy. Das ist, ja, Pizza haben die auf dem Pizza, Burger. Oder hab ich mal immer Angst? Seid ihr ehrlich? Ja, das ist Angstfaktor. Und Pasta dann auch so? Pasta. Salat. Burger, Salat. Das ist schon ein Angstfaktor, ja. So, hier haben wir schönen Salat. Schön ordentlich Soßen, ey. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Soßen wahrscheinlich normalerweise. Sag mal ehrlich, was hältst du von meiner Mischung? Ich nehm ganz gerne Knoblauchsoße und Currysoße. Da gibt's so einen neuen Geschmack in den Döner, auch wenn es sich komisch anhört. Also beim Standard-Döner wahrscheinlich eine gewagte, aber eine interessante Sache. Aber bei Steak muss man Basic bleiben, weil sonst hat's von Steak nichts. Ist ja das Ding, dann schmeckst du wirklich nur Soße. Würdest du nicht sogar Soße weglassen? Weil das Steak ist doch so gut, Landführungszeichen, oder sollte es sein? Ja, das stimmt, aber die Theorie und die Realität ist das andere. Ich bezweifle, dass der ohne Dings funktioniert. Deshalb nehme ich lieber dezent Soße, irgendwas, was nicht so reinknallt. Oder vielleicht probiere ich auch einen ohne Soße, ja. Komm, lass uns beide mal einen ohne Soße holen. Okay, zwei Runden meinst du quasi. Ja, ja. Kurze Frage unter uns. Sagst du, das ist Quatsch ohne Hackfleisch? Weil ich hab mal gehört, beim Dönerspieß musst du mindestens fünf oder zehn Prozent Hackfleisch nähen, damit er überhaupt hält. Ne, das ist Schwachsinn. Okay. Das ist Schwachsinn tatsächlich, ja. Das stimmt nicht. Es ist andersrum, wenn du ein Hackfleisch spießt hast, rein Hackfleisch, brauchst du theoretisch ein paar richtige Scheiben, damit er hält. Genau, da ruhig raus. Rein Hackfleisch geht nicht, muss ein bisschen, geht schon, es ist schwierig und das machen die wenigsten, aber es ist echt, oh, du kriegst es auch ohnehin, aber mit ist es wenig leichter. Okay. Ich muss aber sagen, du hast dir ein bisschen Angst gemacht, also auch geil, dass du es mit uns teilst und so, ne, dieses Steak-Ding, aber wenn es nur Steak-Nacken ist, hundert Prozent, du schon sagst, na, was soll es schmecken? Die Nacken, wenn du jetzt einen Ferse nimmst oder einen Jungbohlen, kann einen geilen Geschmack entwickeln, aber Kalb ist das Problem, das hat noch gar keinen richtigen Geschmack. Kalb, Nacken, okay, hat einen gewissen Fettgehalt, aber puh. Ich sag deswegen, du warst ja ein Döner mal geil für das Zusammenspiel und ich glaube, das ist so ein Döner, die Soßen retten ihn vielleicht. Genau das werden wir hier rausführen, wir werden nämlich ohne Soßen mit Soßen machen, gucken dann, was hier abgeht. Bei mir ist das Steak-Ding. Ja, okay, okay. Oh Gott, ich hoffe, das ist nicht schlecht. Ein Schaller. Sonst hängt er sich kein Steak mehr. Ne. Da kommt er langsam, der Spieß, guckt euch an. Die haben so einen Lava-Grill. Satsiki. Ja. Scharf, das Gemüse scharf, essen wir. Ja. Babagini. Avocado. Bräuter. Knoblauch. Curry. Krass. Ja, die Avocado würde ich auch probieren, ja. Die gefällt mir, die Sandler, leicht Chili könnte matchen mit dem Döner. Richtig Avocado, richtig stark. Warten mal ab, wir werden jetzt nicht mehr lange schnacken, Leute. Erste Runde ohne Soßen und dann mit Soßen. Ihr macht euer Brot selber? Brot selber alles. Ui, das ist aber so. Da gucke ich mal noch einmal drauf. Gut, dass du das gesehen hast. Das habe ich gerade gesehen. Hast du gerade gesehen, ne? Boah, das sieht gut aus, Bruder. Sieht aus wie eine Tasche quasi schon. Sieht aus wie eine Tasche, wie ein Hut. Wie ein Hut. Jetzt mal auf den Hut mehr machen, oder? Bitte. Ich spiele nicht, was wir lesen, bitte. Ne, das stimmt. Ist wirklich so. Aber wenn wir ihn benutzen, dann ist das egal, oder? Brot selber gemacht. Lahmarschen selber gemacht. Und dann, wie heißt es nochmal? Dürum Teigrollier auch selbst gemacht. Alles, was ich gemacht habe. Stark. Eirann habt ihr auch ein bisschen. Eirann selbst gemacht. Eieiei, Alter. Du machst es selber? Ja, ich mache es selber. Oh, eigentlich müsst ihr einmal nippen nur. Hast du so einen ganz kleinen Becher, so auf Probe? Ja. Ne, gehen wir mal runter. Außer ins Mittel. Ja. Sonst viel, viel fällt scheiße. Ist außer Betrieb. Ja, ist endlich außer. Scheiße. Aber sieht gut aus. Wir machen das richtig, richtig kalt. Das muss ein bisschen taunen. Ah, muss taunen. Ah. Ja, wir sind ja noch ein bisschen hier. Aber wir essen, wir essen erstmal. Würdest du auch empfehlen, den Steak nur ohne Soßen zu probieren? Ja. Ja? Kann man machen? Natürlich. Wenn man was schmecken soll, dann muss man ohne Soße. Da muss man ohne Soße drüber, ne? Das ist immer besser. Ja. Wir machen beides. Wir machen einmal mit, einmal ohne. Ey, was hast du eigentlich gesagt mit Lava? Ist das so quasi so... Fetter? Nee, Fetter ist was anderes. Fetter ist ja mit Holz. Ja, das sind einfach so Steine, die... Das ist eigentlich nur die Optik. Und hinten kommt dann auch Gas raus. Aber es sieht so Lava-Stein mit. Das sind Lava-Steine. Aber hat es dann so einen steinigen Geschmack? Oder was bringt das denn mit? Oder gar nichts? Weiß ich nicht. Also es gibt welche, die braten auch Burger auf dem Lava-Grill, die sagen, das schmeckt besser. Ach so, es hat dann so diese Griller oben, bringt es dann mit quasi. Nee, auch nicht. Würde ich nicht sagen, also... Weil es sieht ja aus wie so Kohle. Ich glaube, es gibt keinen Unterschied. Es ist nur optisch, aber... Ist okay. Weil es hat diesen Kohle-Vibe, als ob du selber so grillen würdest. Ja, wenn du es auf dem Lava-Stein direkt brätst... Soll ich lieber zwei Döner-Teller machen? Nee, nee, nee. Es geht schon um Döner. Ja, wir sind die Döner-Experten. Jetzt kommt der Ei ran. Ey, das sieht doch schön aus. Ja, das sieht schön aus. Guck mal, der eine hat nur ein Auge. Viel zu viel, mein Lieber. Wir brauchen nur einen Schluck, brauchen wir. Wie Vitamin. Schmeckt gut? Ja, schmeckt gut. Ein bisschen mehr Salz. Da fehlt ein bisschen der Salzanteil. Aber sonst? Das Ding ist, die Hefe gerade ist in der Luft. Ich schmecke nur Hefe, weil das nur in der Luft ist der Gruch. Ja, normal. Ja, sehr gerne. Dann komme ich hier auch einmal, ne? Ja, so sieht er gut aus. Boah, das sieht aber nicht schlecht aus hier, muss man sagen. Okay. Ich nehme nur Tomaten, Zwiebeln, mein Lieber. Und er sagt gleich selber, wie er nimmt. Würdest du empfehlen, das ist es so? Also dieses ganz klassische? Tomaten, Zwiebeln oder Bombe? Bombe, ne? Ja. Ja, okay. Ich nehme nur Zwiebeln. Ich nehme nur Zwiebeln. Ja, das ist ein gutes Ding. Glaub mir. Ist auch euer selbstgemachtes Brot, ne? Ah, sah nur so aus, ne? Ist das andere Brot da drüben? Ja, ich nehme das andere, ja. Habt ihr jetzt doch ein anderes Brot für uns genommen? Er wollte uns das andere Brot geben, nicht das frischgemachte. Das ist besser. Ja, glaub mir. Das nenne ich mal kein Kamerabonus geben, Emanio. Er gibt uns trotzdem das deutschen Brot. Schönes Kalte. Das Brot für den Deutschen. Oh, das sieht aber fluchig aus. Ja, das sieht gut aus. Würdest du sagen, so von der Tendenz her, könntest du der beste Dönermann in Hamburg sein? Ja. Dein Chef hat ihn gekillt. Er gibt uns als Einzigen das andere Brot. Hier nochmal der Hähnchenspieß, Leute. Was hat dein Kollege gerade gesagt, meinst du? Einmal liken, bitte. Ich will seine Kollegen, wenn er liken. Dein Kollege hat das gesagt. Also hört auf ihn, Leute. Hört auf ihn. Video liken. Aber kein Kamerabonus mit Fleisch, ne? So wie er immer macht. So wie er immer macht, Bruder. Nein, wirklich. Nicht viel mehr Fleisch, als du sonst machst. So schon gut viel Fleisch, muss ich sagen. Jeder kriegt weniger Fleisch, sind alle enttäuscht. Mach so, wie er immer macht. Ja, genau so. So ist besser. Mach bei mir genauso, wie du immer machst, Bruder, ja? Auch für alle Kunden. So wie für alle Kunden. Sonst komm ich gleich nochmal, schick jemand rein. Ich teste, ob du weit gesprochen hast. Undercover machst du? Ja, undercover. Sehr gut. Oh mein Lieber. Danke. Guck mal, wie der aussieht, Leute. Schon ordentlich. Ganz ehrlich, ich sag der Ayran, ne? Liegt gleich ein bisschen geiler vorgestellt. Aus der Maschine. Ja, der ist das normaler. Da fehlt aber der Salzgehalten, alles Mögliche. Ja, was sagst du mal lieber? Ich muss sagen, ich finde, Fleisch hat mich das schon ein bisschen Eindruck gerade. Bin ich dir ganz ehrlich. Fleisch hat er bei dir ordentlich raufgekloppt. Hab ich ihn ja auch nochmal gebremst. Habt ihr gesehen, musst du ihn bremsen. Wollte halt gönnen, ne? Er wollte gönnen, aber das ist nicht immer der richtige Weg. Das wollen wir nicht. Es sieht auch so fettig aus. Wow. Komm, wir probieren mal ein Stück. Ich probiere auch ein Stück von dir. Ja, let's go. Aber fettgeil. Sehr lecker sogar. Alles fett. Fettgehalt ist hoch. Das ist geil. Aber man merkt ganz klar, dass es kalb ist, weil das Fleisch hat wenig bis gar keinen Geschmack. Es sind die Gewürze, die hier Power geben. Und das ist, in dem Sinne, man muss es klar sagen, unabhängig jetzt davon, dass er sehr lecker wahrscheinlich sein wird, kein Steakdöner für mich im klassischen Sinne. Steakdöner Power durch Fleischgeschmack. Also sonst in der Regel hast du gesagt Steakdöner oder Ferse, hast du gesagt. Ferse oder Jugendbulle muss es sein, dann kann es sich in meinen Begriffen, wenn ich es definieren dürfte, wenn ihr mich zum Dönerbeauftragten Deutschlands kühlen würdet, würde ich sagen, es muss Jugendbulle oder Ferse sein. Ja, ach komm. Komm, wir holen mal rein. Ich kann dir schon ein bisschen sagen, das ist genau das, was ich dir vorhin an der Theke gesagt habe. Das hat leider keinen Döner-Karakter mehr. Das ist ein Steakdöner-Karakter. Finde ich so? Ein bisschen schluss. Aber das Brot ist geil. Finde ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ihr habt schon viele Döner davon gegessen. Den kompletten Standard entspricht es nicht. Das ist komplett rechts. Ich habe schon viele Döner in die Richtung gegessen. Wenn draußen nicht Steak stehen würde, wäre mir nichts aufgefallen. Ja, das wäre ein bisschen krass. Das ist ja nicht negativ, wenn du siehst, weil ich finde die sehr lecker. Aber man schmeckt ja kein Fleisch, man schmeckt nur Gewürze. Ja. Also ich schmecke eigentlich nur Fett, wenn ich ja nicht so gewinne. Also schlecht Fett ist ja ein Geschmacksbecker. Das, was er wirklich raus holt, finde ich auch das Brot. Das Brot gibt so ein bisschen geilen Charakter mit, ne? Das Brot schmeckt auch geil. Ich sage dir ehrlich, ich glaube der, ne, wird von so viel Soße profitieren. Weil das Fleisch bringt zu wenig Steaks mit, weißt du? Das kommt zur Schule ohne Schulrucksack. Also ich schmecke kein Fleisch, deshalb kannst du für mich kein Steak-Charakter sein. Minimal Fleisch. Grundsätzlich aber schmeckt es. Ich finde es einen überdurchschnittlich guten Döner aktuell. Für einen Standard-Döner. Steak ist das eine, Leute. Die Empfehlung, hier essen zu gehen, ist das andere. Ja, genau. Ich finde, wir sind gerade ein bisschen zu negativ. Unabhängig jetzt davon, wie es schmeckt und Alleyse und bla 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 bla. Der macht aber schon Bock. Also so ist es nicht. Der macht Bock. Ich kann ihn essen und es ist nicht trocken. Es ist nicht so, dass ich gerade würke oder so. Also absolut. Der ist besser als die meisten Döner, würde ich jetzt sagen. So auf Anhieb. Ja. Dann müssen wir sagen, wir machen ja noch eine zweite Runde gleich. Was sagst du? Ich sage jetzt schon mal, ich sage, die Soße bringt den höher. Mhm. Weil ich glaube, der braucht Soßen. Die Soße wird diesen Döner besser machen. Aber Brot ist richtig gut. Brotgeilen Eigencharakter. Also so zusammen, Leute. Nochmal, um das auf den Punkt zu bringen. Zusammen mit dem Steak mit Brot. Das ist geiles Fleisch. Nimm diese ganze Steak, nicht Steak-Disposition raus. Frage, geiles Fleisch, nicht geiles Fleisch. Für einen Standard-Döner. Ihr kennt ja meinen Standard-Ranking, nicht Standard-Ranking. Guter Standard-Döner. Aber ich sage dir jetzt schon mal, ne? Meine Meinung nach, wir werden noch keine zweite Runde zumachen haben. Ich könnte aber schwören, nimm dieses Brot. Ich weiß nicht, wie sein Hähnchenfleisch ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber sagen wir, das ist krasses Fini-Fleisch, okay? Mhm. Und dann könnte es ein richtig kranker Chicken-Döner sein. Kann ich auch, ja. Weil das Brot rührt echt gut aus Hause. Ich muss nur sagen, ich habe nichts gefrühstückt. Jetzt habe ich Bock, das auch gerade sehr, die zu essen. Halbe Tomaten ein Plus? Vielzahl. Die gibt halt ein bisschen Saftigkeit. Das ist auch diese berühmte Kombi, weshalb es bei dir wahrscheinlich zu trocken ist. Tomate hat viel Flüssigkeit. Das bringt den Umschwung teilweise. Deswegen habe ich gerade Schatz genannt. Weil ich gestern mit meiner Frau war. Ich war gerade so, ey Schatz. Hast du mich gerade gehört? Weil meine Frau nicht diskutiert auch immer über Essen, oder? Ich habe meine Mutter mal Schatz genannt, weil ich so im Ding drin war. Hast du deine Mutter mal unter uns einen Mundkuss gegeben? Als Kind halt, ne? Aber irgendwann nicht mehr. Ich habe es mal mit zwölf auch zu sehen gemacht, bei Abschied. Das war irgendwie komisch, seine Mutter auf den Mund zu küssen. Das war komisch. Meine Mutter hat mir vorgelesen Geschichten aus dem Buch, bis ich siebzehn war oder so. Das ist doch süß. Das ist doch schön. So eine schöne Sache. Hat sie meine Füße gekrault? Ich habe immer oft Gangster draus gemacht. Immer oft Gangster. Warte, 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 warte. Ich geh mal kurz zurück. Sie hat deine Füße gekrault. Füße gekrault und ein Buch gelesen habe ich. Und dann hat sie das einmal ausgeplaudert, vor allem bei meinem Kollegen Achmed. Und dann habe ich so geguckt. Sag das, macht das mir gut. Dann hat sie irgendwas gesagt, man konnte es nicht so ganz checken. Ich habe deine Füße gekrault, das würde zu verhängen. Ich will das rausschneiden. Nein, nein, nein. Mutter darf alles, Leute. Mutter darf alles bleiben. Das stimmt. Aber wir müssen sagen, wir sind bereit für die zweite Runde, weil ich bin ehrlich, wir brauchen einen Upgrade. Wir snacken den auch, und dann machen wir ruhig zwei. So, wir machen jetzt hier noch Pizza. Jetzt kommen wir aus Italien. Ehrlich? Ja. Sag ihm das mal, ich kann Italienisch auch. Ich kann Italienisch auch. Er weiß, er kann Italienisch. Piccolo Cazzo. Sag mal nochmal. Piccolo Cazzo. Piccolo Cazzo? Ja. Was ist Piccolo Cazzo? Das heißt wie kleiner Scheiße. Ich kenne nur das schon. Ich kenne nur das schon. So was ist nicht schön. Ist nicht schön, leider. Nein. Nein. Du hast Italienisch gemeistert. Milstyler-Klassen. Okay, wollen wir noch einen Döner machen? Ja, Döner natürlich. Ja komm, wir machen einen Döner mit Soßen. Welche Soße nimmst du, Ivano? Schwierige Entscheidung, sage ich dir ehrlich, weil ich habe irgendwie Angst davor Knoblauch zu nehmen. Steak vielleicht funktioniert auch nicht mit Knoblauch. Machst du den Klassiker mit Esme oder mit Scharf und Tzatziki? Ich nehme Scharf, Tzatziki, so wie du gesagt hast. Aber würdest du echt sagen, Knoblauch funktioniert mit Steak? Knoblauch und Curry-Pomper. Boah, das ist genau dein Influss. Ja, aber Basteak? Ich vertraue dich, ich nehme Knoblauch und Curry. Ja? Ja. Okay, das wird jetzt richtig interessant jetzt. Ja? Pico Locato. Pico Locato. Ja. Ja, Pico Locato. Groß. Groß. Ja. Hast du gesehen schon? Da macht er wieder einen Dicken, ja. Würdest du sagen, hol ich das Kamerabonus? Das ist Kamerabonus, aber kein Problem. Dankeschön, Dankeschön. Geil. Mal Liebe. Bei weniger Tomaten, die Welt wäre schöner. Findest du, ne? Ich habe Tomaten im Garten, kannst mal kommen. Boah, aber ich finde dein Nüller sieht auch eigentlich ganz gut aus. Der sieht auch gut aus, ja. Jetzt noch ein bisschen Fleisch. Noch ein bisschen Fleisch rein. Schön saftig. Der sieht stark aus. Mein Döner? Ich wäre sogar so frech und würde sogar behaupten, das wird ein anderes Erlebnis. Also, ob das so ein anderer Döner wäre quasi. Wahrscheinlich besser. Aber bis jetzt auf jeden Fall. Ich sag dir ehrlich, das ist voll geil, dass da viel Fleisch und so geht. Da guckt ihr mal meinen Monster an. Das ist schon wirklich unbekannt. Ja, das ist ein bisschen viel. Kannst du gar nicht mehr richtig essen. Ciao. Wow. Eigentlich richtig. Schmeckt wirklich wie ein anderer Döner. Als ob wir den anderen vorher nicht gegessen hätten. Komplett. Du hast nichts tatsächlich, ne? Ne, aber meine Frage, ist das gut oder schlecht? Das spricht ja dann nicht fürs Fleisch unbedingt. Tendenz, der kann es gar nicht einfach allgemein haben. Das Erster Biss war bei mir aber kein Upgrade, weil ich habe das tatsächlich nicht so gefeiert. So, ich nenne es jetzt mal erdigen Geschmack. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. Ich sage bei mir, ne? Das ist ehrlich eine andere Welt gerade. Weil Knoblauch und Curry bringen so einen krassen Eigengeschmack mit. Das übertönt das Fleisch komplett. Aber lecker. Schmeckt nur Soße, ne? Ja, lecker. Brot funktioniert perfekt mit Soße, Alter. Wenn das Brot anbieten würde, nur so zum Dritten wäre schon geil. Wäre auch geil, ja. Nein, nein, aber es geht sich um den Döner. Und ich muss aber echt sagen, Holly, ich weiß nicht, bist du bereit? Kannst du auch korrekt einen Biss von mir nehmen? Klar. Das ist wirklich anders als deiner, hundertprozentig. Guck mal hier rein. Guck mal, hier ist extrem viel Soße. Ne, aber noch hundertstunden. Halt ich halt fest. Weiß auch mal meinen rein. Also in meiner schmeckt wirklich anders. Kaum fett. Also deiner schmeckt vielleicht noch ein bisschen in die normale Richtung. Deiner schmeckt wie ein Berliner Döner. Ja, ja, aus der Richtung geht's. Fehlt noch Krillgemüse. Ich muss das vielleicht noch mal ins richtige Licht drücken. In folgende Aussage. Ich habe vorhin vielleicht ein bisschen übertrieben mit so, 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 so viele Döner gibt's für diese. Ich habe aber einige schon in der Richtung gegessen. Ich weiß auch nicht, wenige. Der Geschmack ist ein bisschen anders. Kann mich sogar nämlich, und deshalb komme ich überhaupt auf die erste Statement. Ich habe schon mal einen anderen Steak Döner gegessen, wo ich mich erinnern kann, wo ich nachgefragt habe. Und die machen auch mit Kalbsnacken. Der hat mir aber noch deutlich besser gefallen. Es ist hier in diesem Fall ein anderer Geschmack. Aber selbst der andere Kalbspießdöner hat einen viel intensiveren Fleischgeschmack. Hier fehlt mir diese intensive Fleischdöner. Aber der Geschmack ist anders. Ob man's jetzt Steak nennt, denke ich, muss jeder für sich selber entscheiden einfach. Ich hätte's nicht Steak genannt. Absolute Empfehlung, finde ich. Wir haben wir für den Döner. Wir haben wir auf jeden Fall. Aber ich will jetzt nicht sagen, komm, hau dir da einen Steak Döner ein. Bereicherung für Hamburg. Bereicherung. Generell nochmal zum Döner, Leute. Schönes Teigfeeling gerade gehabt vom Brot. Das ist wirklich Highlight hier. Ihr merkt, ich habe nicht so viel zu erzählen, weil das ist einfach im Großen und Ganzen schon noch ein Standarddöner. Ich brauche mich hier jetzt nicht auf künstlich. Ich flash mir nicht in jeden Döner künstlich rein und erzähle euch hier wie ein Gedicht irgendeine Story. Hier gibt's für mich einfach nicht zu viel zu erzählen. Es ist ein guter Döner. In der Hinsicht ein Fleisch, was sich abhebt von anderen. Geiles Brot. Soßen sind, sag ich mal, Mittelklasse. Würdest du auch sagen, wo steckt jetzt nicht super raus? Also ich muss sagen, das Brot und das Fleisch, da haben es Mühe gegeben. Die Soßen kriegst du jetzt auch überall woanders. Das ist ja nicht die Currysoße der Welt so. Aber ich finde, die Currysoße passt zum Falsch. Sie passt wirklich in diesen Döner rein, in dieses Konstrukt. Ich finde deinen Döner mit diesem Berliner Soßen-Style. Mach das nochmal ein bisschen anders. Ganz selten in Hamburg. Aber ich sage ehrlich, wenn du Not vergeben willst, ich brauche noch ein bisschen. Du brauchst noch? Weil ich weiß nicht, direkt jetzt raushauen. Machst du Standard-Ranker oder machst du ein richtiges Ranking? Standard-Ranking. Also Leute, wir machen Bewertungen jetzt hier einmal. Ne, lass uns zusammen so. Einmal auf den. Darf ich kurz erzählen? Ja, erzähl du es jetzt. Ohne Scheiß, Leute, jetzt mal ehrlich, das finde ich an Holle auch richtig, richtig toll. Jetzt ehrlich. Holle steht hier wirklich noch 10 Minuten, damit er eine richtig geile Bewertung raushauen kann. Damit ihr auch keine Scheiß eingeredet kriegt. Danke, danke. Das finde ich wirklich gut von dir. Auch wenn du sehr verkochst manchmal. Ja. Aber ganz ehrlich, du willst dir auch die Wahrheit einfach sagen. Ich versuche einfach. Also für mich ist das wichtig, was ich hier raushaue. Okay, also ich werde dem Döner persönlich eine 7-8. Ich finde das eine faire Bewertung. Bei mir ist immer alle ab 7 eine Bewertung. Bei mir ist ab 7 immer alles eine Empfehlung, sage ich mal. Aber ganz ehrlich, für Hamburg ist das eine Bereicherung. Ey, das Fleisch ist jetzt... Ich habe ein bisschen was anderes erwartet. Erster Steakdöner hier und da. Da haben die schon groß angekündigt. Aber es hat ja nicht diesen richtig Power-Fleisch-Geschmack. Da weißt du, was du meinst. Sushi Papayas zum Beispiel. Das ist für mich dann dieses Steak. Fleisch plus Döner-Charakter. Ja, das schmeckt viel mehr nach Steak, ja. Genau. Aber an sich kann man richtig gut machen. Ey, wenn du hier drumrum bist, da ist ein Hotel, da ist ein Hotel. Du bist auf Klassenreise und du bist mal umgeben. Du wirst dir kein Beinbrechen da reingehst. Es ist lecker. Aber ich finde es auch eine Bereicherung, um das zu... Aber kannst du auch sagen, mit meinen Soßen. Knoblauch, Curry, macht den Soßen, macht den Döner besser. Ich finde es eine Bereicherung. Am Ende des Tages, ich habe den Döner noch zu Ende gegessen. Ohne Soßen für mich besser. Oder Elvanius-Soßen. Meine Soßen waren jetzt nicht so der Hit. Aber ich finde den Döner allgemein eine Bereicherung. Es ist ein starker Spiel dafür, dass sie den nicht selber machen. In Eigenregie. Und ich hätte eine 7,9 gegeben. Ich hatte erst sogar überlegt, noch besser. Aber am Ende des Tages muss ich mich fragen, weil ich... Guck mal, ich habe noch nichts gegessen. Es ist 12 Uhr. Stimmt. Da habe ich noch mal ein paar Mal. Und dann hat er mich doch nicht so übertrieben geflasht. Der war lecker, es ist was anderes. Und ich glaube, dass das Döner, den sollte jeder mal testen. Unbedingt für sich. Und schauen, wo der steht. Weil es ist ein Upgrade. Aber er hat mich nicht so Endlevel geflasht. Deshalb eine 7,9. Ey, ganz ehrlich, vollverständlich. Gehe ich voll mit. Kussi. Danke fürs Dabeisein. Ich würde sagen, guck mal bei Evanyo rum auf dem Kanal. Dankeschön. Lass ein Abo da. Danke, dass ihr es antwortet. Sehr gerne. Danke, danke. Lass einen Daumen oben knallen. Machen wir den gleich? Machen wir es. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.